Hallo und willkommen zurück zu meinem Destiny 2 Let's Play mit mir, Andi Theke und ich hatte jetzt eine etwas längere Aufnahmepause, habe jetzt noch ein bisschen an meinen Audioinstellen gefeilt, habe jetzt viel gefunden, was ich vorher noch nicht eingestellt hatte, ich hoffe, das ist jetzt mittlerweile alles besser, ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, falls euch immer noch irgendetwas daran stört, also mich stört jetzt glaube ich zumindest nichts mehr. Wenn ich noch was finde, werde ich es natürlich auch ändern, aber Rauschen ist weg, ich unterdrücke leise Geräusche und so, ja, dank der langen Aufnahmepause werde ich wahrscheinlich jetzt etwas schlechter sein, na, Spaß, aber ich weiß noch ganz genau, wo wir sind und ich sehe gerade die Soundeinstellung vom Spiel etwas leise, ich glaube man hört sie quasi kaum, aber das ist nur hiervon, wir werden jetzt einfach mal gucken, Wir wollen nämlich auf Titan weiterspielen, ja, endlich mal ein bisschen Story-Modus, weil wir sind jetzt schon bei Folge 8 und vom Story-Modus nur nicht wirklich weit, sage ich mal, ne, aber ich habe ja auch gesagt, ich will euch alles zeigen, Abenteuer etc., jetzt habe ich gesehen. Ja, und wir werden die Stadt sowas von zurückerobern, in den nächsten 100 Folgen, ähm, legen wir mal los. Nix ist zu spät. Und, solange wir da sind, ist noch alles, ich habe das Wort vergessen. So, neue Mission, Hoffnung. Wups, zu hochgesprungen. Sichere die Kommandozentrale. Was? Wir haben unser Licht zurück. Was? Unmöglich. Commander, darf ich? Ach. Wirklich. Wir müssen eine Gegenoffensive planen. Dazu müssen wir diese Station erstmal auf Vordermann bringen. Eine Flotte muss ausgestattet, Hüter bewaffnet werden und es gibt jede Menge abgefangene Übertragungen in der Rot-Legion zu entschlüsseln. In der Herr des An- Auf zu reden. Wir müssen alle der Station erlangt. Da kommst du also ins Spiel. Wenn du das Licht wirklich wiederhast, dann zeig es der Schaar. Und Hüter, bitte, sei vorsichtig. Was war das hier? Die Titanstädte aus dem goldenen Zeitalter waren einst der Stolz der Menschheit. Wir dachten, sie seien verlassen. Aber ich war ein Narr zu denken, die Schaar würde sich nicht so weit ausbreiten. Oh, sie reden nicht mehr. Ja, ich bin der Herr des Vermöglichbaren. Deswegen... Das ist Quatsch, der Typ schon wieder. Ja, man muss sagen, hier bin ich schon mal gestorben. Viermal hintereinander. Danach habe ich mir gedacht, oh, kommt nichts mehr. Dann bin ich hier gestorben. Dreimal hintereinander. Wobei man dazu sagen muss, noch nie mit dem Titan. Also ich habe ja schon mal einen Titan hochgespielt. Auf Destiny 2 und einen auf Destiny 1. Und, äh... Ja, ich weiß, Destiny 1 hat hiermit jetzt gerade sehr wenig zu tun. Aber, äh... Titan bin ich hier auf jeden Fall noch nie verreckt. Noch nie. Ich glaube, wir sind auch viel zu hoch gelevelt, da wir die ganzen Abenteuer ja in der europäischen Todeszone gemacht haben. Ich glaube, da wird es sehr, sehr schwer hier zu verrecken. Außer durch meine fehlenden Jump-Skills. Aber... Das ist auch schwierig mit dem Titan. Ja, wir sehen das Kontrollzentrum. Verstanden. Weiter vorrücken. Commander, bei dem Tempo können wir mit der Planung unserer Gegenoffensive anfangen. Dann können wir nullkommanichts vor den Stattoren aufschlagen. Wenn es doch nur so einfach wäre. Es ist so einfach. Boah, das ist so ein Pessimist geworden, seitdem er das Licht verloren hat. Leicht zu sagen, ne? Nein. Boah, Alter. Mein Aim hat sehr, sehr unter der... Unter der Pause gelitten, glaube ich. Ich bin direkt richtig gelaufen? Nein, nix passiert. Ich bin jetzt eigentlich erstmal in die andere Richtung. Ja. Ist der wieder hochgesprungen? Falsche Taste, falsche Taste. Da können wir ja direkt ordentlich reinknallen, wa? Gucken wir mal, wie wir mit dem bisschen... Sport betreiben. Gletsch, Gletsch. Machen wir dem nächsten. Bäm, bäm. Oh, shit. Schöne, fette, geile verpasst, wa? Oh. Ach komm. Krieg ich auch so hin. Okay, noch keinmal im roten Bereich gewesen. Das ist komisch, so asozial, wie ich gerade spiele. Ups. Wie, gerade wie der wirkliche Titan. Hat der gerade sein eigenes Mob da erschossen? Oder sah das nur so aus? Habe ich ihn gegrillt, bevor er sein Schutzschild aktiviert hat. Dieses dämliche Schutzschild, was einfach nur dämliche Zeit schindet. Mehr macht das Teil nicht. Richtig lecker nervig. Da, jetzt werden wir es gleich sehen. Oder auch nicht. Weißt du, da will ich euch mal was zeigen. Und dann aktivieren die das einfach nicht. Hallo. Oh, ein E-Time. Ja, man merkt, im Gegensatz zu den letzten, ich glaube, zwei Folgen, bin ich wieder etwas besser drauf. Wieder um einiges mehr Schlaf. Sah aus, als hätte die Schar eine Art Ritual durchgeführt. Wir sollten uns mit Ikora unterhalten. Ihr weiß noch ziemlich alles über Scharmagie. Ja, Ikora, mein Schätzelein. Ich habe Ikora oder Kate gesehen, seit die Stadt gefallen ist. Haben wir denn da Schönes? Warte, wir müssen uns da aufnehmen können, oder? Hallo? Dann haben wir es gerade da. Den Grenadewerfer. Ach, den brauchen wir eh nicht. Räum den Laden auf, dann kommen wir. Ja, komm. Räum den Laden auf. Auch geil, ne? Wer macht die Drecksarbeit? Der Andi. Der Andi muss wieder alles hier klären, bevor die anderen da reingehen können. Ach komm, chill mal dein Leben. Wie früh springst du ab? Alter. Ist man dem kleinen Schar-Typen da? Ah, jetzt sehen wir es doch bestimmt. Jetzt sehen wir es auf jeden Fall. Komm, du aktivierst jetzt dein Schild. Auch nicht. Geil. Aktivieren die ihr Schilde im Low-Level-Bereich nicht mehr? Seit ein paar Tagen? Weil vor ein paar Tagen oder Wochen? Ich weiß es jetzt nicht mehr. Haben sie es auf jeden Fall. Oh, vielleicht jetzt. Sehen wir es jetzt? Nein, natürlich nicht. Ach komm. Komm, spielen wir mal wieder mit euch ein bisschen, wa? Bam. Voll in die Eier. Bam. Komm, jetzt kommt ihr noch. Ich hab noch ein bisschen. Bam. Für dich und für euch. Und für nicht. Nein. Oh, könnt ihr nichts mehr sehen, wenn ihr durch mein Schild lauft? Oder macht das einfach zu viel Schaden für euch? Oh, da oben ist noch ein Ridder. Boah, mein Aim ist so katastrophal. Ich hab, glaub ich, auch gar keinen Schuss mehr. Oh, meine Liebste. Ich hab dich weggeschnabitzelt. Oh, Dakuda. Dakuda. Yay. Tod ist er. Haben wir super gemacht. Oh, Kettenreaktion. Hätten wir sicher nur einen abschießen müssen. Da wären direkt alle hochgegangen. Falls es so ist, schreib das bitte in die Kommentare. Das möchte ich sehr, sehr gerne wissen. So oft, wie ich das hier schon gespielt hab. Oh. Leute. Dann schnuppert ein bisschen. Da ist er. Das geile Schild. Und man kann die trotzdem von hinten angreifen. Voll die geile Waffe. Hängt eigentlich nur auf Entfernung was. Wirklich, wenn du da wirklich nicht mehr drankommst. Also an den von hinten. So. Dann haben wir jetzt auch wieder... ... ... ... ... Da steht noch was. Hallo, hallo. Ach, nicht nur eine Sache. Ach, dann kriegst du halt die Faust. Ja, komm. Kleiner Akolyt. Das ist schön, Overlevel zu sein. Das ist fast schon spannend. Ja, komm. Chill mal. Hast du Headshot verdient. Auch, komm. Machst du ein bisschen Auflöse-Action. Ja, ich lade ganz gemütlich nach. Und verpass dem schönen... BAM! Headshot. Mit der Faust. Schön in den Schädel reingeklöppert. Däh. Oh ja, ich weiß. Man muss hier nach unten hin. Und dann kommt auch... ...äh, ich... Schon der erste Kreischer? Nee, kommt nicht. Wir sind hier draußen. Wuii! Dich hab ich... Dich krieg ich, bevor du dein Schild machst. Ja. Kannst gar nicht mehr, ne? Hast du dich fail geskillt? Du hast auf... ...damage geskillt, Junge. BAM! Dich hab ich. Dich hab ich auch. Boah. Von drei Schuss ein Treffer. Krasser Typ. Und ich hab mich noch nicht mal bewegt. BAM! BAM! Bisschen Muni sparen. Wollah nicht die Munition... Oh, was haben wir denn da? Können wir wieder ein bisschen spielen. Hallo, Leute. Oh, oh. Jetzt aber. Habt ihr so viel Schiss vor mir? Komm. Einen krieg ich noch. Einen krieg ich noch. Oh, hab ich dich. Tschüss. Früher oder später kommt ihr eh hier rüber. Oh, oh. Bist du durchgelaufen? War nicht besonders klug von dir, Freundchen. BAM! Hallo? Hallo? Oh, da kommt schon ein Elite-Gegner oder sowas ähnliches. Ach komm, da müssen wir wechseln. Aber auch nur, weil es einfach schneller geht, wenn man die richtig schön wegmäht. Okay, Schild ist weg. spray feier da bist du und da kommst du und für dich habe ich auch was hallo jetzt kommt doch noch auf meine seite natürlich genau wenn das schild nicht mehr da ist achtet ich sogar das prinz ein prinzelein hallo 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 und tschüss komm noch eine faust ja wollte sie gegen mich im nahkampf bestehen war ich will die tür öffnen ich die tür öffnen auf kommando zentrale ich konnte nicht zu ende lesen ich habe zu viel zu schnell geklickt sesam wenn da in der alle ja ich mag applaus ja ich wollte extra eine ehrenrunde drehen weil ich so toll bin wenn wir uns gerade meinen schluck gönnen und ihr könnt das video angucken ich wollte es nicht glauben wenn das licht wieder zu dir gefunden hat gibt es vielleicht offenen für uns unsere streitkräfte schwingten weiter wir können uns und die überlebenden nicht länger schützen und ohne das licht sind wir dann überhaupt noch hüter ich komme an das ohne generatoren halten wir nicht durch wellen energiewandler liefern den strom dank der schar bedürfen sie einer wartung wir kümmern uns drum ja das dachte ich mir schon geil wie die eine tusse einfach da an mir vorbei erstmal läuft kommt hoch dann applaudieren wir euch was macht die schön straight an mir vorbei alles interessanter bloß nicht der hüter der uns jetzt retten wird mann ey die hat nerven aufs drahtseilen springflut neue mission wir sind noch nicht fertig jetzt wo wir das kontrollzentrum erreicht haben müssen wir noch für strom sorgen bevor wir uns um unsere flotte kümmern können commander zawala hat gesagt du hast dich freiwillig gemeldet ha freiwillig schützmeisterin holiday liefert technische unterstützung die mission ist simpel die reihe ist den schalter um verschwenden lohnt hat es echt sachen total einfach klingen zu lassen lohnt heißt ja wird ja jetzt auch nicht wirklich schwer sein das ist ja wirklich nur rein ganz viele sachen abknallen schalter umlegen bisschen dreck weg machen da so ein dreck hallo nein die waren schon ewig hier haben wir die ja doch her geführt wer labert ihn dann wenn die uns auf den fersen sind ja seit der evakuierung dann haben wir die doch quasi hierhin gelockt da sehe ich das falsch schreibt das mal in die kommentare ob ich das jetzt so falsch sehe halt die fresse guck mal kaum ich schieße die einmal ab drehen sich um scheiß auf die zehn gegner da da ist ein hüter der droppt bestimmt was epic loot ja komm jetzt sind wir uns durch war ah andere war für so irgendwie doch besser ja hat das ein schild aktiviert hast fast hälfte leben verloren dann muss man erstmal schild aktivieren der ist wie ein parlor bei wow ne schild homestone wow jetzt habe ich sogar fast mein komplettes leben verloren was ist amanda wer ist wer ist zum teufel amanda wir müssen dich wieder in die luft bringen wir brauchen eine gefahrenabschätzung aus der luft damit alles sicher bleibt bäm sobald alles läuft führen wir deine reparaturen zuerst durch ja natürlich ist er anstatt mir dann so ein flotten commander schiff zu geben weil ich so toll bin nein die müssen erstmal war das amanda ich weiß es nicht irgendwer war das dessen schiff da repariert werden soll bäm oh die explosion finde ich cool nein nicht zu nah kommen bäm voll in den rücken gesprengt hallo äh ich finde diese c-taste nicht ne ja dir kloppe ich so auf die finger bäm one shot geil ja hammer andre du bist der beste aktivier das doch noch geiler da da ah mein 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 gott das ist auch geil mit dem baum leute dunkeln ne tut mir leid aber du musst dafür nicht raus und eine übergangs zu finden ach stelle fest was mit den umwandlern nicht stimmt das wies ich das wies ich guck mal so eine kleine explosion aber wenn ich die auslöse also was heißt auslöse ja wenn ich die auslöse und nicht zerstöre so so soll ich euch das mal zeigen cool die einfach die geräusche nicht hören ja das passiert dann hat jetzt keinen schaden gemacht hat sich auch nicht irgendwie scheiße angefühlt die war das schon rotisch oh exploder ach ach beweg dich doch nicht nicht beim morrohuhn ach ja manchmal muss man doch aimen also unaymen anvis zoomen haben wir es so jetzt müssen wir kurz ah da vorne über den so und dann können wir es jetzt grad mal nutzen wend mal nach waffen zu 93 natürlich machen 30 deswegen macht das ding keinen schaden weil das mal hart für level 2 ist mal schön die handfeuerwaffe nehmen macht mir eben das dreifache an damage was haben wir hier ein 76er granatwerfer können wir austauschen ich dachte erst dass wir eine pumpe als wir das grad gefunden haben sieht doch voll nach einer pumpe aus das ding ah ok hier sieht man den henker da natürlich nicht mehr henkel den ihr wisst was ich meine auf jeden fall leeren schaden feuer ihr ding starschaden auch ganz normale waffe so dann wollen wir mal ach dat hier ach dat hier hier so ein kleines bömmchen warte mal war nicht hier auch noch was ich dachte mal man wird schon direkt am anfang von den viechern da überrannt ach die waren das genau geil weil ich so rüber gezogen hat eine kugel von den dreien die das impulsgewehr los schießt hat ihn getroffen drei waren das drei ja unsicher wie einfach die waffe langsamer angekommen ist als dat ding geschossen hat äh gestorben ist das langsamer ankommt wie es schießt ne ist ja irgendwie klar ich gehe für das menschliche gehör jetzt nicht aber ja boah du bist so versteckst dich so gut ah André uh den den komm schon jetzt muss ich ein bisschen recken da war ich dann doch ein bisschen zu voreilig oh skiddit the football spieler boah wenigstens hat man genug def um das auszuhalten natürlich hat man genug def um das auszuhalten wir sterben in einer einfachen story mission so muss das sein leute oder ich hätte es noch in der zeit geschafft in der vorgegebenen zeit aber nein warte mal sind wir jetzt dahinter gespawnt oh mein gott oh mein gott boah ey Herzinfarkt ne wir sind nicht dahinter gespawnt wir sind einfach nur eine session vorher wir sind ja durch diese viecher da quasi exploded schön in die luft vehicelt ja ich weiß vehicelt ist bei da boah boah ach ich bin doof muss ich eigentlich beeilen ach ich will eigentlich Mission dieser Folge wenigstens schaffen so wir haben das Problem gefunden Doktor boah oh ja wir haben das Problem gefunden die Schar hat den Kolben verschleimt dann schaffen wir Abhilfe der erste Kolben läuft wir haben ihn sauber geschoben das ist echt toll und so aber hier ist es immer noch dunkel dann musst du wohl noch mehr sauber machen Lita ja ich mag dieses Geräusch so gar nicht ne weißes Ketzen Geräusch äh Echsen Geräusche da war noch was oder ja das ist nicht meins das war es aber Minuet 12 äh ah doch ich wollte schon sagen man muss doch hier lang da vorne ist nämlich der nächste Kolben hinter dem hinter der Gemetzel Action ja Gemetzel Action 2 3 für den Papa 4 für den Papa eine Warteschleife für den Papa und 5 für den Papa so gehen wir mal zu dem Kolben waren das eigentlich 3 ne warte ich hab jetzt irgendwie gar nicht zugehört hat die gesagt noch 2 Kolben fehlen oder nur noch einer der letzte Kolben ist sauber ok war nur 2 ja es liegt auch am Schalter das habt ihr auch ganz am Anfang gesagt alle Leitungen gehen da durch da meinten die ah ne die meinten den Lichtschalter ne ich hasse Hexen hab ich das schon erwähnt ah ne ja nachladen genau greif mich bloß nicht an meine Hexe so jetzt müssten ein paar Gegner kommen wo aus dem Abfluss bam habe ich euch weggebaratzt bam ja so schnell habe ich das glaube ich noch nie geschafft ja die Sicherung ist sie auch mach erstmal um ja wie du gesagt hast da 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 Ziel abgeschlossen 100% machen wir erstmal Lucky Lucky was haben wir denn da bekommen gute Arbeit allerseits wir müssen uns aber immer noch um diese abgefangenen Feindübertragungen kümmern das machen wir machen wir auf jeden Fall in Folge 9 ne Leute aber wir werden jetzt noch die Mission hier beenden und dann werde ich mich verabschieden weil noch ein Video weiß es nicht der fliegt glaube ich jetzt nochmal auf den äh auf dem Titan zu auf da wo wir eben halt waren wo jetzt das ganze Licht angeht wo jetzt auch diese komische Tust steht die eben da an mir vorbeigelaufen ist weil ich ja nicht für sie existiere ich habe einfach keinen dein Stein im Brett bei der da ist sie ja am liebsten würde ich jetzt so richtig schön nein natürlich aber ich glaube man kann die noch abgeben ooooh wir bekommen unser erstes Exo so nervt euch das gelaber manchmal auch irgendwas okay das nervt mich nur bei ihr ich mag sie nicht so lesen wir das doch einfach mal vor sobald die aufhört zu reden und die stumm schalten aber ich glaube ich bin eh lauter als die also Actium Kriegsausrüstung Selbstladeverbindung lädt stetig einen Teil des Magazins deines ausgerüsteten Automatikgewehrs aus Reserven auf haben wir leider momentan nicht Schild-Explosion Nahkampf-Kills laden Schildwurf auf Nahkampf-Fähigkeiten-Kills laden Sentinel-Schild super auf das ist natürlich geil weil wir auch sehr viel im Nahkampf töten weil wir uns immer so overpowered fühlen ähm ACD 0 Rückkopplungshindernis so 105 Verteidigung klar wir alle anderen auch Nahkampf-Kills bauen explosive Energie innerhalb des ACD 0 Rückkopplungshindernisses auf wenn einen Nahkampfangriff trifft wird diese Energie in einen vernichtenden Explosionen gesetzt okay das oder das sind natürlich geil ich mag das Sentinel-Schild also die Sentinel-Schild super das ist ja ne wo man Lilla wird deswegen werden wir bis zu dreimal stapelbar leere Nahkampf-Fähigkeiten laden schneller auf wir werden das nehmen so ja sehr cool oh hier gibt's ein Schwert Schwert werde ich definitiv später spielen so dann bedanke ich mich natürlich fürs Zuschauen und äh wir sehen uns dann in der nächsten Folge also bis dann bis in zwei Tagen ciao So...